Herzlich Willkommen zu einer neuen Map und zwar spielen wir heute das Weihnachtsabenteuer von ZSkiller Mango. Willkommen in unserem Jump'n'Run. Viel Spaß. PS. Falls. Du Ende. Okay. Okay. Also bis jetzt mag ich schon nicht mehr. Schnell hier durchblasen. Ey ernsthaft, ich war schon oben. Geht doch. Ich spring schon drüber, so schlimm ist es schon. Okay, hier muss ich vielleicht ein bisschen an die Außengante. Nein! Okay, ich bin viel zu schnell, glaube ich, einfach. So. So, hallo, bitte nicht hängen bleiben. Danke. Hab ich... Ich hab doch was gesagt. Falls du mir mal zuhörst, ich will nicht hängen bleiben. So. Hier rein. Hier hoch. Nice. Solche Jump'n'Run'Rands mag ich. So was hasse ich zum Beispiel Kopfstoßsprünge. Nein. Folgen, das ist so übelst weit zwischen den vier Checkpoints. Ich hätte nach dem Kopfstoßsprung eigentlich schon, ey. Ist denn sowas möglich? Endlich. Oh, endlich. Ich hasse so Kopfstoß... Ich hasse Kopfstoßsprünge. Nein. Ja, geschafft. So, hier weiter. 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 Ich hoffe, ich muss nie raus. Das wäre richtig bitter, wenn das so eine Verarsche ist. Dass du hier gar nicht lang musst. Ey, komm. Wieder mal geschafft. Nice. Ich wollte nie zurück. Okay. Mist. Okay. So. So. Jetzt nicht zurück, sondern plus hier. Ja. Ja. Das ist richtig mies, wenn du an dieser scheiß Wand hängst bleibst. Bist du schon viel zu lahm. Ey, wo bin ich jetzt hängengeblieben? Eigentlich nirgends. Dürfte ich jetzt bitte mal dort vorbeispringen? Oder sehe ich dort irgendeinen Sprung gerade nie? Kann ja sein, aber... Oh, endlich soll ich hier rein. Oh, hier sehe ich bloß. Okay, durch. Findest-Zenters-Werkstatt. So, dass ich schon... Ich sehe hier Druckplatten, das gefällt mir. Hoffentlich hattest du Spaß. Toll, nochmal ein Ewigkeits-Effekt. Gut, das war's dann von dieser Map. Ich fand sie sehr gut. Gut, aber ich sage, sehen wir uns morgen bei einem neuen Video der Jumpers Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß.